Und dadurch bin ich raus. Jawoll, Hannes! Nein, der Panzer! Ah, easy. Ja, easy, den Panzer überlebt. Ha, ich hab den Panzer eiskalt überlebt, Digga. Ist alles raus? Sehr gut. Jawoll. Der hat euch verfolgt. Nee, der verfolgt dich! Oh, shit. Jetzt hinter dir? Nee. Nee. Du hast alles rausgeholt. Du ehrenloser Hund, Alter. Jawoll, weg mit dir, Junge! Scheiße. Einen ganz kurzen Moment bitte. Und allen wunderschönen an euch da draußen zu einer wunderschönen neuen Folge GT Online. Ja, wir mussten schnell starten. Ich nehme den Devester 8, weil wir gleich in die Runde gekommen sind und es geht gleich los. Wir spielen Cube und mal wieder auf dem Mega-Gamester, oder? Und Fabio ist auch dabei, hallo. Warum hab ich die Klauenhupe, Alter? Wir sind mir verarschen, du Spaß. Ich hab den Visone genommen. Wie hattest du denn das gemacht, dass wir im Team waren? Da konnte man doch irgendwas machen, oder? Ich dachte, wir sind in einer Party. Das wird mir zumindest angezeigt. Bist du nicht im roten Team? Nee, ich bin im gelben. Dann musst du mir wahrscheinlich dann nochmal beitreten. Dega, dieses Gehupe geht mir so auf den Sack. Ich höre gar kein Gehupe zum Glück. So, was hast du für den Wagen genommen? Dega, ich werde schon direkt aussortiert, oder was? Bruder, was wird da rein, oder was? Du Scheiße, ach du Scheiße, Dega. Meine Auto ist jetzt schon kaputt. Ja, Dega, übertreib doch nicht. Ja, ich lieg auf dem Kopf. Ist nicht so unbedingt das gute Argument jetzt, ne? Okay, in welche Richtung geht der Cube? Ja, wie langsam der... Ja, okay, cool. Ich bug jetzt schon mal rum, weil... Wow. Lol. Richte dich doch wieder auf, du Stück Scheiße! Oh mei, als ob ich das hingekriegt habe. Oh mei, als ob ich das hingekriegt habe. Junge, er ist so ein Hacker. Als ob ich das hingekriegt habe, alter. Digga, ich bin... Ich bin schon raus, Mann. Ich bin über Kopf einfach runtergefallen. Das ist tatsächlich aber auch ein Modus, den wir selten gespielt haben. Ja, der kommt auch nicht so oft irgendwie, ne? Deswegen ist es jetzt auch erstmal so das Antasten bei mir, weil ich den gar nicht richtig kenne. Ja, Digga, beruhigt euch doch mal. Aktuell sieht unser Team noch ganz gut aus. Ja, Digga, ich werde einfach von meinem Roten weggepustet. In meinem gelben Leben einfach nur noch zwei. Richtiges Team, sagste? Grün ist noch sehr viel vertreten. Jetzt ist ein Roter raus, sehr schön. Aber leider auch der andere Gelbe von mir. Ein Gelber ist noch übrig. Ey, die Physik ist mega merkwürdig. Ja. Wenn der... Wenn der Würfel sich dreht. Boah, da sind viele... Du bist der letzte Rote, ne? Ja, bei mir steht es noch. Jawoll. Okay. Ruhe. Geil. Unser Gelber ist auch raus. Oh Gott. Oh Gott, hä, Digga. Ich habe gar keinen Grip. Was ist da los, Digga? Grün oder was? Grün rasiert ja mal alles weg. Boah. Was? Digga. Hä? Hä, ich rutsch einfach seitlich. Ich rutsch seitlich einfach... Hä, was ist... Ich kann nichts machen. Hallo? What the fuck, Digga? Was passiert denn hier? Hallo? Ja, Digga. Fuck you, Digga. Danke dir. Ne, noch nicht rüber, bitte. Yo! Boah. Machen wir für Sixty ne Luft, Digga. Alles easy, Digga. Gar kein Problem. Der Dude, Alter. Digga, aber dass die vier halt auch alle nicht verkacken, Digga. Verpisst euch. Ja, Digga. Ich mach gar nichts. Neee. Ja, schade. Jawoll, endlich. Ist er weg. Ja, was für endlich. Verpisst dich. Ich habe sogar noch einen rausgekriegt. Richtig lächerlich, wie lange du noch überlebt hast. Was für lächerlich. Das war einfach skillig, Alter. Ah, am Ende sind es zwei Kills habe ich sogar gemacht. Ah, ja. Aber die Physik ist mega merkwürdig. Die ist mega. Ja, Digga. Ja, Digga. Wir müssen erstmal hier aufs Grün gehen, würde ich sagen. Ich werde erstmal direkt weggerammt. Oh, ich habe einen roten von euch. Ja, mein Gelber dreht mich, oder was? Ja, Digga. Ich werde einfach in der Luft gedreht, Alter. Was wollt ihr denn? Ja, aber er rutscht automatisch nach oben immer. Das ist irgendwie ganz merkwürdig. Ganz merkwürdig, diese Geschichte. Ja, ich habe das jetzt auch... Na, lol. Ich glaube, das ist vielleicht Erderziehung. Nee, das ist irgendwie... Ich weiß nicht. Oh Gott, Digga. Ich kann gar nicht lenken. Junge, wie du gerade gewürftet und mich dann noch gerammt hast, Alter. Ja. Warst du da? Ich sehe dich gar nicht. Auch da bist du. Ciao. Na, Spaß. Ja, ich werde von hinten gerammt, Digga. Bist du raus? Mann, Digga. Wow, wie weit ich fliege. Ohrensohn. Eigentlich ganz ehrlich. Ich glaube, du stirbst dann ungeklipseln. Nein, Spaß. Ey, wow, Digga. Wow. Ah. Ich dachte... Weiß nicht, ich habe dich ganz leicht von hinten geknutscht. Ja, und du fliegst einfach 100 Meter weit, ey. Ich wollte dich nicht mal raushauen. Das müsste ich mir merken. Oh Gott. Ja, bitte nicht so nah an den Rand. Dankeschön. Diesmal sieht unser Team doch viel besser aus hier, Mensch. Ah, Gelb ist diesmal auch mehr drinne noch. Ja, dreimal. Oh Gott. Gut mal, Freunde, Digga. Ich sehe gar nichts. Wo sind denn die alle? Hier. Ja, ist klar. Hast du das gesehen? Ja, Gelber! Nein! Ja, Gelber! Ja, Gelber! Ja, Gelber! Ja, Gelber! Der eine heißt einfach No-Communication. Komm! Hä, dieser Cops-Tut, der buggt bei mir im Cube. Okay, jetzt nicht mehr. Komm, Rot. Sieht immer noch gut aus. Wir können es schaffen! Nein! Jawoll! Und hoch da, Freunde. Hoch da! Alles entspannt. Da geht der Würfel wieder hoch. Oh Gott, Heki. Master Wald. Bitte. Jawoll. Okay. Komm, jetzt muss doch mal ein Gelber hier einen Fehler machen. Das kann ja jetzt hier nicht wahr sein. Die halten sich alle echt lange. Ihr müsst euch jetzt nicht gegenseitig hier rausragen. Okay. So, jetzt macht der Würfel ein bisschen flotter, würde ich sagen. Alter, ja. Der macht richtig flott. Ah, Cop-Shot war vielleicht schon ein bisschen... Oh, zwei verhungern sie. Komm, zwei gegen eins. Wir können es schaffen. Nein! No-Communication! Nein! Er verkackt! Nur noch einer! Rot gegen Grün! Komm schon! Da hoch jetzt! Jawoll! Sieht gut aus. Cop-Shot schafft es auch rückwärts. Cop-Stut! Cop-Shot! Cop-Stut. Was ist das denn für ein Scheiß? Oh, Master Wald. Hat sich überdreht. Hat es aber gefangen, oder? Jawoll! Jetzt gib doch Gas! Fight doch um! Ja, wieder da hoch! Jawoll! Wie die einfach seitlich hochgezogen werden! Was ist das für Physik, Digga! Ja, jetzt Cop-Shot! Cop-Shot! Mein Gott! Cop-Stut! Jetzt! Jetzt ist es vorbei! Ne, Digga! Was? Ich hätte nicht gedacht, dass er da noch hochkommt. Ja, Digga! Alles im Griff! Komm schon! Master Wald! Hoch da! Jawoll! Cop-Shot! Cop-Shot! Verkackt doch! Digga! Nein, Master Wald! Oh Gott! Jetzt! Jetzt! Nein! Master Wald, Digga! Gut gespielt vom Kopfstuhl, Alter! Gut gespielt! Gut gespielt! Gut gespielt! Warum bin ich mit so einem Noob-Team, Alter! Eine Runde haben wir noch! Komm! Das ist gar nicht mein Modus irgendwie bisher! Ja, Digga! Man wird hier einfach nur rumgereicht in der ersten Runde! Ja! Alles klar! Sorry, Freunde! Muss weniger sagen! Ja, Digga! Beruhigt euch doch mal! Digga! Mein eigener Mate, oder was? Bist du raus? Ich hasse diese Scheiß-Teamspiele! Dann sollen die kein Team-Spiel machen, wenn die dann eh so unfähig sind! Ja, gar nicht mein Modus, ey! Dort alles rumgeknüppelt! Stehe! Die physics nicht! Alles unlogisch in diesem Modus! Oh Gott! Kalkische Richtung, wo ich hier hinfahre! Ah! Wunderbar! Vollgas! Ja, Digga! Ist mein Auto so flach vorne, dass bei mir alle wegfliegen? Ja! Ja! Danke! Oh ja! Ja! Ich fliege einfach! Ja! Ich fliege einfach! Tecky! Wir sind nur noch zu zweit, ne? Ah! Warum? Ich hebe immer ab! Oh, ne! Noch nicht rüber, bitte! Ja! Digga! Die Schwerkraft! Oha! Digga! Das war ein bisschen enger, würde ich sagen! Oh Gott! Ja! Digga! Alter! Oh mein Gott! Oh Gott! Nee! Oh! Nee! Oh! Alter! Als ob ich das noch fangen konnte! Digga! Ich habe einfach aus Reflex Gas statt Bremse gedrückt und das war genau das, was ich gebraucht habe, Digga! Digga, man kann nicht lenken! Nein! Komm schon! Ja! Oh Gott! Nee! Ich will noch nicht rüber! Jetzt muss ich rüber! Oh Gott! Pass mich rüber! Oh! Oh! Pardon! Alter! Das Auto! Ja! Sieht gut aus für uns! Zwei gegen eins! Jetzt schaff was! Oh ne! Stop! Jetzt hab das! Na was? Ja! Jawoll! Und ich habe es sogar auch noch rüber geschafft! So sieht es nämlich aus, du Pfeifen! Da ist der Sieg! Ja! Geht doch! Ah! So muss das aussehen! Weiter geht's vorne! Digga! 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 Geil! Jo! Und da sind wir wieder zum nächsten Modus! Survive the Tank! Oh Gott! Das geht schon los! Wieso schlappt ich denn jetzt jedes Mal in einer Ego? Digga! Digga! Fah ich halt raus! Lass sie mal erst mal aus! Lass sie mal erst mal aus leider wegfahren! Wo ist denn der Panzer? Also ist ja eigentlich schon bekannt, den Modus haben wir schon ein paar Mal gespielt! Wir müssen halt... Einer spielt den Panzer und wir müssen vor ihm wegfahren! in... in... unseren... Caddy! Oh oh! Cops Dude kommt! Ist... Ist das der Panzer? Ja! Cops Dude ist der Panzer! Als ob er der Panzer ist! Digga! Warum rammst du mich denn? Oh oh oh! Ich wurde runter gerammt, Alter! Und er ist weg! Ich verstehe diese unfähigen Teammates nicht! Ich meine wir müssen alle... Es geht ja darum, dass wir... vor dem Panzer überleben! Aber es gibt hier welche, die der Meinung sind... äh... dem Panzer zu helfen! Den geben sie einen runterkicken! Was soll ich dazu sagen? So ein... Ja... Ziemlich... Leider bin ich glaube ich in diesem Modus bisher... immer... nur von eigenen Mates runtergekickt worden! Noch nicht einmal von dem Panzer! Digga, der Panzer hat verkackt! Fährst du hier hoch jetzt, oder? Digga! Digga! Ich verstehe es nicht! Er steht neben mir und dann fährt er einfach los... um mich runter zu rammen! Hades, Alter! Was geht ab bei dir? Hades! Soll ich dazu sagen? Da habe ich mehr von dir erwartet, Hades! Was? Was ist nochmal Hades? Für'n Gott? Das war nicht der Gott der Liebe, ne? Das war... Ich... Ich weiß es nicht! Warte mal! Hades? War das denn? Ich google gerade! Ne, Hermes war der! Aber Hades war auch einer! Ich weiß nicht, was das einer ist! Ich weiß nicht, was das ist! Das ist ein Computerspiel! Digga, er hat doch gerade den anderen weggekickt! Er spielt einfach gegen die Leute! Er war nur Communication auch noch rausgehauen! Karscher der Unterwelt! Ach ja, genau! Das war dieser Dunkle! Das war dieser Böse! Genau! Aber es war doch ein Bruder von Zeus! Wenn es mich nicht täuscht! Nur hat Zeus ihn verstoßen! Und hat ihn verbannt! Und deswegen ist er der Gott der Unterwelt! Irgendwie so ne Geschichte! Ich hab davon keine Ahnung! Digga! Er rammt! Nimm einfach absichtlich Leute raus! Guck dir Hades an, Alter! Nimm das mit Nick auf! Er fährt einfach hinterher und rammt sie absichtlich von der Strecke! Lol! Als ob es nur noch 3 Spieler leben und Hades ist einer davon, Alter! Dieser Wichser! Und der rammt die anderen auch noch runter! Lol! Hades ist eiskalt der letzte, ne? Ja! Did you understand the game? No! Weiße! Wow! Mann! Wieso? Hä? Wait 14 seconds oder was? No! Er schreibt auch noch No, Alter! Digga! Er fährt einfach runter! Digga! Oh mein Gott! OMG, Alter! Ach du Scheiße, war der schlecht! Lass mal auf Hades gehen! Hä? Hades? Lass mal auf Hades gehen doch! Lass mal Hades raushauen! Ja, easy! Ich muss jetzt hier erstmal lebend wegkommen! Ja, same! Schafft! Wo ist er? Wo ist Hades? Hades? Okay, da fliegen schon wieder nur die Leute weg! Ja, dieser Yami, der hat mich vorhin rausgehauen! Oh oh! Der Panzer war vor mir und jetzt nicht mehr! What?! Ich hoffe nicht, du bist schon wieder raus! Ach, Digga! Aber diesmal von dem Panzer! Hä? Ja! Das ist Hades! Jawoll, Hades! Bam! Du musst dir vorstellen, vor mir, also hinter mir standen Caddy! Digga, ich kicke jetzt sowas von Hades weg! Er fährt gegen den Caddy, der Caddy fliegt gegen mich, ich explodier! Und dadurch bin ich raus! Jawoll! Hades, nein! Der Panzer! Ah, easy! Jaaa! Easy, den Panzer überlebt! Ha! Ich hab den Panzer eiskalt überlebt, Digga! Ist alles raus? Sehr gut! Jawoll! Der hat euch verfolgt... Der hat euch verfolgt... Der hat euch verfolgt... Oh shit! Jetzt hinter dir? Nee! Nee! Du hast alles rausgehauen! Du ehrenloser Ohn, Digga! Jawoll! Weg mit dir, Junge! Scheiße! Einen ganz kurzen Moment bitte! Kein Teamplay, was du gemacht hast! Geiles Stammbild! Scheiße! Freunde, meine Kamera ist einmal eingefroren! Hörst du mich noch? Ich hör dich noch, aber deine Kamera ist eingefroren! Ja, scheiße! Ich mein, Schlag auf den Tisch hat sich die USB-Verbindung getrennt oder so! Okay, haben wir wieder! Ach, Digga! So ne Scheiße! Und er schickt mir auch noch das Foto, Digga! Das Standbild, Alter! Das gute Standbild! Ist das gut! Ach, ist das nicht schön! Ach, ja! Ja, Digga! Das war so ne Scheiße! Alter, es leben nur noch 5 Leute und es ist noch 1 Minute 40! Also, boah! Der hat ja noch richtig viel Zeit! Guck mal, die sind alle hier! Der muss da einfach nur mal nach rechts rein! Wo bin ich denn? Ich glaube, ich bin irgendwie, ich bin ganz woanders! Hä? Kommt ja klar! Mit dem Füßigt! Was? Ach, so ne Scheiße! Der hat ja das Item nicht bekommen! Das Item war halt einfach zu viel des Guten! Oh, jetzt! Alter, jetzt! Ja, keine Chance! Keine Chance! Keine Chance! Ach, Digga! Einmal wegen diesem Hades und einmal wegen dem Scheiß-Mind, Alter! Fuck, Mann! Ist jetzt vorbei? Oh Gott, sehr Dank! Ja, einen Modus machen wir noch heute! Ja! Und da sind wir beim dritten Modus! Oder beim nächsten Modus! Ihr seht es schon! Es ist Bastard geworden! Hast du die eigene Karre gesehen? Schon richtig im Arsch! Mhm! Es ist so dumm! Es ist halt jedes Mal, Digga! Jedes Mal, Alter! Bad! Z! BTF! Bob! Hä? Was hat der danach geworfen? Jo, Alter! Er hat Bob weggesprengt, Digga! Als ob er auch Haftbomben dabei hat! Ach, Digga! Oh, Mann! Tat Husten, Alter! Ja, ich hab jetzt die Stimme schon wieder zu sehr bahnsprucht! Das ist so ein Lach-Husten! Kannst du das? Weil du so lachst und der Husten klingt dann wie die Lache so! Digga, er sprengt ja alles weg! Ja, bei ihm läuft richtig, Digga! Kann ich nicht die Kamera wechseln und so? Ja! Ja! Leil, bei mir haben die Geiseln auf dem Boden gelegen! Bei dem stehen die da einfach im Gang rum! Okay, diesmal nächstens geil! Ja! Oh, meine Karo war es zum Glück nicht die so im Arsch! Alter, guck dir mal das von Propaganda! Hä, Digga! Leil! Ist halt ein Auto da von Propaganda! Digga, der Typ hat einfach gerade ein Polizeiauto aufgemacht und der Typ ist einfach gestorben! What the fuck? Nee, bitte nicht! Ich will doch nur nach rechts, Mann! Boah, Digga! Die Typen sind alle so... Unfähig! Können alle nicht fahren! Unglaublich! Ja, haben wir ihn schon! Easy, Digga! Digga, rammen die doch nicht so weg! Ja, Digga! Wir haben ihn einfach! Easy! Nee, doch nicht! Weil die Typen einfach nicht stehen bleiben können! Na, Digga! Ihr müsst doch nur ruhig stehen! Digga! Es ist unglaublich, dass wir das jetzt gerade wieder verkacken! Ja, Traham, stehe, wenn du leid hier einlegesst! Du bist gut! Und du добр? Verpasst euch, warum seid ihr denn im Weg? Bin hier nicht. Oh, ey, wenn ihr verdammt nochmal nicht fahren könnt, dann verpisst euch doch, man. Ich hasse das. Die größten Gegner sind hier die eigenen Leute. Das kann es nicht sein, Alter. Oh, nein. Nein. Digga, komm bitte, jetzt verkackst du doch nicht. Mein Gott, diese Scheiße. Oh, da bist du. Oh, Junge. Digga, was ist denn mit denen los, Alter? Alter, ich werde nur weggeschissen. Digga, mein Auto ist so am Arsch. Ah, same. Ja, da ist hartes, Digga. Erstmal wegrammeln. Digga, ich habe mich so weggeschissen. Scheiße, ich bin falsch gefahren. Nein, ich bin komplett falsch gefahren, Digga. Mein Auto fährt auch nicht mehr. Boah, und ich falle in diese Lücke hier. Fuck. Digga. Als ob der Typ jetzt gewinnt, Alter. Wir hatten ihn zu 85% schon gehabt. Und das Team... Eigentlich 95% sogar schon. Und 99, Digga. Das Team ist so unfähig. Ich kann einfach nicht stehen bleiben. Um den zu arresten. Der Typ kommt einfach davon. Nein, er muss nur noch ins Flugzeug rein. Ja, tschüss. Und weg ist der Typ. Es ist unfassbar. Das ist unglaublich. Ah, ne. Hä? Okay. Haben wir ihn scheinbar doch gekriegt, oder was? Das ist, ob die alle ins Flugzeug wahrscheinlich reingefahren sind, oder so. Und dann... Ja. Weiß nicht. Machen wir noch eine. Komm, wir in den Skala-Dash kommen. Dann machen wir den noch in die Folge. Ja, komm. Hängen wir noch hinten dran, ne? Und dann machen wir in der nächsten Folge den Rennzimmer. Und damit zum letzten Modus in dieser Folge Color-Dash ist es nochmal gewonnen. Oh Gott, meine Kassel ist richtig scheiße. Im Team-Format. Wir sind ausnahmsweise auch mal in einem Team. Nämlich in Team Blau. Digga, man sieht ja die Farben gar nicht richtig hier. Oh, 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 oh. Ich bin wieder mal das Haus. Ich bin ernsthaft in der ersten Runde schon wieder raus, Digga. Es ist ganz zufällig, dass ich immer da bin, wo diese Farbe nicht existiert. Digga, es gibt doch nur drei Farben in der ersten Runde. Wie kann man da... Man, Jummi, du Wichser. Wie willst du denn das erzählen? Was soll denn das für ein Zufall doch sein, dass ich eben genau da bin, wo diese fucking Farbe nicht existiert? Digga, mein Auto sieht halt geil aus, aber es fährt sich so scheiße. Alter, Alter, ich hab gar keine Chance. So keine Chance, Alter. Scheiße. Das geht nicht gut, aber es ist für uns nur noch drei Dudes. Ja, Digga, wir sind doch wieder am richtigen Potato-Team gelandet, Alter. Digga, das war seine Reha. Digga, Jummi, dass du noch lebst, Alter, ich fühle dir gar nichts. Der Typ hat doch das OP-Auto. Unsere drei leben doch und drei rote sind gestorben. Ja, Entschuldigung, Freunde. Ja, dieser Jummi ist immer so ein richtiger Motherfucker. Digga, ihm will ich gar nichts, Digga. Ja, Digga, wenn der jetzt den Blauen noch rausknallt, ne, ich raste raus, ne. Ja, dann nicht, okay. Als ob der mal so einen Lack hat, dass der das dann noch raufschafft. Das ist halt schon abartend, ne, dieser Typ. Ja, gut, das ist jetzt los für ihn. Jawohl, guter Move, jawohl. Zwei gegen Jummi, ab geht's. Wenn die das jetzt echt beide noch packen, ne, das wäre schon krass. Nee, Digga, Jummi wird die sowas von holen. Guck, jetzt hat er den Speed noch mit seiner ultraschnellen Karre. Jetzt rammt der einfach irgendjemanden weg. Jawohl, verpiss dich. Ja, hast du dich auf den einen zu doll fokussiert, mein Freund. Aber dieser MF1, Alter, der ist jetzt noch eine Scheißkarre, Digga. Ja, ist die Scheißkarre. Digga, ich habe beim Losfahrt-Wheelspin, Alter. Ich weiß noch nicht, ob ich so glücklich bin mit meiner Karre. Was hast du? Äh, Taipan, glaube ich. Oh, ich stehe zum Glück auf Blau. Sehr schön. Okay, hast du schon mal überlebt? Hast du schon mal was? Der Regen macht die ganze Sache hier natürlich nicht leichter. Nee, vor allem, ich sehe die Farben halt nicht. Toll. Da sind sehr viele wieder rausgeflogen. Gott, da sind richtig viele rausgeflogen. Ich habe tatsächlich gerade... Das sind doch eine Überzahl. Digga, mein Auto. Ich habe gerade einen Dreifach-Kill bekommen. Digga, was ist mit diesem Yummy, Alter? Der hat ja mal richtig Hexen. Alter, meine Karre ist so scheiße. Alter, aber der Regen, ne? Digga, er fährt die ganze Zeit, die ganze Zeit gegen LOL. Ich habe noch einen. Nein, das ist Digga 1 zu 7 immer, die so platt ist. Und Yummy, Digga. Was eine Genugtuung. Was eine Genugtuung gegen Yummy jetzt. Und, habe ich ihn? Nee. Als ob er drauf bleibt. Digga. Ich ram ihn so hart weg und er bleibt stehen und ich raue runter, oder was? Das ist so ein Witz. Das ist so ein Witz, Digga. Ja, egal, er ist raus, oder? Jawoll, da ist er. Junge, ich habe die Runde vier Kills gesammelt. Krass, ich habe gar nichts. Ich bin so schlecht. Digga, mit meinem Auto kannst du aber auch nichts machen, Alter. Da wird man durchgereicht mit dieser Schüssel. Ja, perfekt. Gut. Was ist das? Alter, ich will nicht. Nee. Oh Gott. Oh, ich habe keine rausgehauen. Alter, dass ich das endlich so aufnehmen und einsenden müsste. Oh mein Gott, Digga. Wie schlecht. Ich dachte, da wäre noch blau. Ja, Junge. Weil bei Scheiß Regen die Farben einfach nicht da sind, Alter. So eine Scheiße. Oh mein Gott, Digga. Ist das schlecht. Ich dachte, da wäre eine große blaue Fläche. Alter, dieser Yammy, ne? Das ist so ein Agro-Typ. Egal, der Typ geht mir so auf den Sack, Alter. Aber er muss richtig Ahnung vom Game haben, weil er genau das Fahrzeug nimmt, was offensichtlich am optimalsten ist. Boah, diesmal sieht es nicht gut aus für uns, aber es sollte für den Gesamtsieg reichen. Das war's von dieser Folge, Freunde. In der nächsten Folge gibt es dann Rennen auf diesem wunderschönen Server. Mal gespannt, wo wir uns da wieder einordnen können. Danke fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020